Also, Frachtchef. Hilfe, Hilfe! Ja, 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 ja. Das geht nur echt was um. Ich hab das schon begriffen beim letzten Mal. Und begraben dich in frischem Schlamm. Wir ertränken dich und begraben dich in frischem Schlamm. Heil dich doch einfach! Wenn ich rechts klicke, macht das am meisten Sinn, wenn mich heilen müsste. Freut, Christoph. Idiot. Nein, ich wollte Lily spielen, weil... Zur Hölle mit euch! Lass uns hier Ruhe! Ah! Na toll! Lasset euren Geist walten! Also... Agent Thrawn. Der Drahtzieher ist Alessandro Giovanni. Er muss mit dem FBI Alessandros Lagerhaus stürmen. Dort werden sie alles finden. Die Waffen, das Heroin, die Schmuggelware aus Prag. Alles! Bitte! Ich werd verrückt. Die Bullen sind von Interpol. Was ist dieses... Interpol? Eine Art internationale Polizei. Seht mal! Ich habe ihre Ausweise verändert, sodass sie wie wir aussehen. Cool, was? Das könnte nützlich sein, wenn wir zum Big Apple kommen. Die Tory macht sich endlich nützlich. So eine wie dich könnte ich gebrauchen. Ja... Haha... Nee, ist okay. Es ist gut! Alles okay! Nur ein Albtraum! Ich bin ja da! Oh, hier hat der Akt. Scheinbar. Von 4. Okay... George Thorne. Hm. George Thorne. George Thorne. Giovanni. Ihr müsst... Sie müssen sein Lagerhaus angreifen. Dort finden sie Waffen, Opium und die Schmuggelware aus Prag. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Wir haben Alessandro schon seit einiger Zeit im Visier. Sein Lagerhaus ist eine Festung, doch unser Zentralkomputer hat seine Sicherung durchbrochen. Die Zugangscode zu seiner Festung sind in unserer Offline-Datenbank im FBI-Hauptquartier gespeichert. Jetzt können wir das Lagerhaus stürmen, bevor Alessandro die Beweise zerstören kann. Danke! Jetzt verdrücken sie sich lieber, bevor sie jemand sieht. Nehmen sie das nächste Schiff zurück nach Europa. Wir schließen uns ihrer Razzia an. Uh, danke, aber sie sind gefährdet. Wir hörten, sie seien aufgeflogen, nachdem ihr Schiff London verlassen hatte. Eigentlich bin ich überrascht, dass sie die Reise überlebt haben. Die wollten sie eigentlich schon auf See töten. Nein, kümmern sie sich nicht um die Razzia. Wir haben alles unter Kontrolle und jetzt verschwinden sie. Ich muss einen guten Einfluss auf dich haben, alter Krieger. Du belügst die Bullen schon wie ein Profi. Ich log für Anesca, nicht für euch. Und welche Art Kreatur ist dieser Zentralkomputer, dass er ganze Festungen unterwerfen kann? Wow, Mann, hast du viel zu lernen. Zeit, die hiesigen Blutsauger um Hilfe zu bitten, damit wir auf den FBI-Computer zugreifen können. Ja. Ey, ich kann doch mal mit dem Quatsch, cool. Ne, aber da schaffen sie sich Zugang, das war mir schon fast klar. Hey, raus hier, sonst fliegt ihr über... Hi, hi. Mhm. Dachlose Frau. Ihr wird kommen, erwachen und uns alle verschlingen! Ne, ich bin schon da. Nosferatu. Zeug! Dies ist eine Angelegenheit der Nosferatu. Dieser wurde unreichtmäßig erzeugt und muss nach unseren Gesetzen vernichtet werden. Helft mir, bitte! Die sind vom Sabbat. Ich will mich nicht umdrehen lassen. Nun wollen sie mich töten. Aui, auui, auui. Zur Hölle mit euch! Danke. Ich stehe in eurer Schuld. Ich bin Samuel, vom Clan Nosferatu. Als ob wir das nicht schon an dem Schließmuskel sehen würden, den du im Gesicht trägst. Seid still. Das ist Pink, das ist Lilly und ich bin Christoph. Danke. Ich danke euch allen. Mann, ich hätte nie nach New York kommen sollen. Dieser Ort stinkt nach Sabbat. Ich wurde von meinen eigenen Kameraden verraten, die zum Sabbat überliefen. Ich dachte schon, ich wäre mehr als tot. Die Sabbat kehren jeden Vampir um, den sie finden. Sie denken, die Welt endet an diesem Neujahrstag. Zu Beginn des Jahres 2000 soll sich ein altes Übel erheben. Und alle Vorsinnflutlichen töten. Was für ein Schwachsinn! Jeder kleine Lutscher weiß, dass die Vorsinnis uns fressen werden. Bist du sicher? Das haben sie gesagt. Ich habe es mehrmals gehört. Ach, mit deinen Blumenkohlohren kannst du doch eh nichts hören. Nein, die Sache ist mir bekannt. Vielleicht weckte mich die weise Ekaterina, um den alten Feind aufzuhalten. Ich glaube, dieser Eiter-Sack hier hat dein Gehirn angesteckt, Chris. Ich verdanke euch allen mein Unleben. Ich schließe mich euch gerne an und bekämpfe eure Feinde. Juhu! Hey, hey! Moment mal! Wer sagt, dass wir dich wollen? Das ist ein Privatclub für echte Ladies and Gentlemen! Jaaa! Halt die Klappe, Pink! Ich werde niemals mit einem stinkenden Nossi zusammenarbeiten! Gib Ruhe, Pink! Wir brauchen Verbündete! Äh, du leistest besser deinen mickrigen Teilfaltengesicht! Was kannst du schon, außer alles voll stinken? Nun, Pink, ich kann dir helfen, den aufrechten Gang zu erlernen! Oh, hahaha! Samuel, seid ihr in der Kunde des Zentralkomputers bewandert? Oh, nein. Aber ich kenne jemanden, der sich damit auskennt. Def Null, er lebt hier in New York, ein brillanter Hacker. Oh, aber er ist Malkavianer. Ja, 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 die... Nein, die mag ich auch. Hör gut zu! Wenn ich noch einmal dieses Wort höre, passiert was! Ich meine nur, wir brauchen einen, der nicht seine Tastatur vollsabbert und sich die Augen aus den Höhlen pult, während wir zuschauen! Malkavianer oder nicht, wir gehen zu diesem Def Null. Ich seh schon, du bist noch keinem Malkavianer begegnet! Man lernt nie aus! Samuel, bring uns zu ihm! Lass mich doch mal in deine Mentage haben! Oh je! Sowas habe ich beinahe befürchtet. Hören wir noch irgendwas übrig an Waffen? Nee! Hehehehe! Ja, ist ja schön! Ich spiele einfach mal... Ah ja! Kanalisation! Ach toll! Warum steht hier auf Aggressiv? Warum? Was zum... Solche Taten... ...berrauben mich meiner innersten Menschlichkeit! Los, lass uns gehen! Jaaa, wir laden! Ich habe die Karte theoretisch auf... Ah ja! Da sieht aus wie auf dem Kanal, oder? Nein, weg! Ich habe die Karte... Jaa. Aua, hier werden ein paar Frames! Hm. Was ist das jetzt hier? Was soll ich jetzt hier? Was kann ich jetzt hier? Hm. Okay. Ich geh da mal wieder. Das klingt immer gut, aber... Ah, ich kann sogar rein. Hehehehe. Lagerraum. Ah, ja. Ja, das darf ich auch. Der alte Christoph ist ein Relikt. Daher benötige ich euer Wissen über das neue Zeitalter. Was immer du wünschst. Aber ich weiß nicht, wovon dein Freund spricht. Du siehst aus wie 300 und keinen Tag älter. Und außerdem sehr gut. Ganz wie eure Waren. Wir wüssten gern eure Preise. Okay. Wenn das alles ist, was du willst. Hier? Na, also das hat sich doch gelohnt. Ja, wir brauchen noch ein paar Schrifträume des Erweckens. Ja, so ein paar Plasmabeutel. Das sind auch nicht verkehrt. Das wär's da. Das wär's da. Wir passen immer auf uns auf. Gut, 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 gut. So. Ja, wir brauchen noch ein paar Schrifträume des Erweckens. Ja. Wir brauchen noch ein paar Schrifträume des Erweckens.